Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zur dritten Folge der Sprechstunde. Diesmal wird es, glaube ich, nicht ganz so lang werden, zum Glück. Also diese einstündigen Videos sind tatsächlich auch ein bisschen anstrengend, weil ich diesmal nicht ganz so viele Fragen bekommen habe. Wir starten aber sofort mit der ersten. Liebe Julia, mein Ex-Mann wird demnächst nochmal Papa. Er hat sich in der Ehe kaum um unsere beiden Töchter, neun und zwei Jahre alt, gekümmert. Nun hat er eine Freundin, die selbst einen sechsjährigen Sohn hat. An seinem Papa-Wochenenden ist er überfordert. Sie unternehmen kaum etwas mit den Kindern, sitzen meistens in der Wohnung und die Kinder werden vor den Fernseher gesetzt. Meine Große bekommt kaum Aufmerksamkeit und ich habe große Angst, dass das mit Baby noch viel schlimmer wird und möchte nicht, dass die Kinder leiden. Wie kann ich damit umgehen und was kann ich tun? Also das Problem ist, tun kannst du an sich gar nichts, weil das Baby ist nun mal unterwegs und er hat ja auch das Recht, die Kinder zu sehen und es ist ja keine Kindswohlgefährdung, die hier eine Rolle spielt. Deswegen, das ist etwas, was du mit dir wiederum ausmachen musst. Das ist auch etwas, was ich lernen durfte. Du weißt, dass es deinen Kindern nicht an den nötigsten Dingen fehlt. Das heißt, sie bekommen Schlaf, sie bekommen Essen, sie haben ein Dach über dem Kopf an diesen Wochenenden. Da kommt wieder so dieses Relativieren. Es sind nur, ich weiß jetzt nicht an Papa-Wochenenden, wie oft das bei euch ist. Also wenn das bei uns ist, wie bei uns zum Beispiel, dann sind es ja nur zwei Wochenende im Monat. Kann man jetzt prozentual ausrechnen, aber ich würde sagen, 75% der Zeit sind die Kinder ja dennoch bei uns. Und ich mache es dann tatsächlich so, dass ich dann meine Kinder, wenn sie wieder bei mir sind, mit noch mehr Aufmerksamkeit überschütte. Also mir wirklich den Montag nach dem Papa-Wochenende immer komplett für die Kinder freinehme. Da treffen wir uns meistens auch mit niemandem und unternehmen nicht, sondern sind einfach nur hier und kuscheln und ich höre mir an, was sie zu erzählen haben, weil sie da vermehrt meine Aufmerksamkeit brauchen. Und das ist etwas, was ich dann wiederum tun kann. Gegen das andere kannst du nichts tun, aber du kannst etwas dafür tun, dass du in der Zeit, wo deine Kinder bei dir sind, ihnen noch mehr Aufmerksamkeit schenkst. Und zwar diese 100%ige Aufmerksamkeit. Nicht die ganze Zeit, aber was ich letztens bei der Buchvorstellung, kann ich euch hier oben nochmal verlinken, das Buch, was ich euch da vorgestellt habe, da geht es ja auch um Achtsamkeit und darum, achtsam mit unseren Kindern umzugehen. Was bedeutet, ihnen mal wirklich 100% Aufmerksamkeit zu schenken. Für 5 Minuten, für 10 Minuten. Nicht am Handy zu sein, nicht an irgendwas anderes zu denken, nicht an die Einkaufsliste oder irgendwas und das spüren unsere Kinder und das ist ganz, ganz wertvoll. Das ist konkret etwas, was du tun kannst. Und dann natürlich damit nicht in irgendwelche negativen Gedankenkarusselle abzudriften, weil es ist etwas, du musst es annehmen, du kannst es nicht ändern. Das ist ein Prozess, aber ich glaube, es tut auch ganz gut zu wissen, ich kann es nicht ändern. Ich muss es annehmen, so wie es ist. Das ist eine Aufgabe in dir drin, was du tun musst, was du mit dir vereinbaren musst. Ich empfehle ja auch immer die Art des Briefeschreibens oder Tagebuchschreibens. Dann schreib da drüber, schreib, was du dir vielleicht für Sorgen machst. Schreib vielleicht auch deinem Ex-Mann einen Brief, den du da nie abschickst und erzähl dort von deinen Sorgen. Das hilft auch immer, wenn man das so ein bisschen loslassen kann. Aber im Grunde kannst du nichts dagegen tun. Du kannst nur auf der anderen Seite in der Zeit, wo du die Kinder hast, was ja auch der Großteil der Zeit ist, versuchen, das auszugleichen. Und irgendwann ist auch gut zu wissen, werden deine Kinder so alt sein, dass sie das sehr gut reflektieren können. Und dass sie merken, wo bekomme ich Aufmerksamkeit und wo nicht. Wo möchte ich hin und wo möchte ich nicht hin. Und da kommt dann irgendwann der Punkt, wo sie sich ja auch gegen Kontakt zu ihrem Vater entscheiden können. Was wir ja alle nicht hoffen, aber das ist dann selbstgemachter Ärger in dem Fall. Das ist das, was ich dir dazu raten würde, raten könnte. Weiter geht's. Hast du einen Tipp, wie man damit umgeht, wenn ein Familienmitglied sich oft über andere Familienmitglieder beklagt? Nicht hinhören schaffe ich nicht. Ich habe schon oft gesagt, dass die Betroffenen es unter sich ausmachen sollen. Die Person hat wohl auch schon klipp und klar gesagt, dass sie bestimmte Dinge nicht will. Und auch sonst hast du einen Tipp, wie man mit negativen Menschen im nächsten Umkreis umgehen kann. Kontakt lässt sich nicht vermeiden, ist die engste Familie. Also tatsächlich kenne ich das, dass wenn du dich mit Menschen triffst, du förmlich darauf warten kannst, bis sie sich über eine andere Person aus der Familie oder dem Bekanntenkreis aufregen. Oder über sie sprechen. Das kenne ich tatsächlich. Und ja, man kann das, das wäre so ein Schritt natürlich ansprechen, dass man das nicht mehr möchte. In den meisten Fällen hört das tatsächlich nicht auf. Man kann so ein bisschen weghören, ein bisschen. Also wenn diese Tirade wieder losgeht, kann man sich gedanklich mit irgendwas anderem beschäftigen. Ansonsten musst du dann schauen, dass du dich von diesen, das sind ja auch negative Energien, die da auf dich einprasseln, ein bisschen reinigen kannst. Also A, ja, häng dich auf keinen Fall da rein. Sag dazu einfach nichts. Also der andere wird auch irgendwann aufhören, wenn er merkt, er bekommt nicht mehr deine volle Aufmerksamkeit. Und du bläst dich auch noch in das Horn und fragst auch noch ständig nach. Also wenn du da deine Aufmerksamkeit zurückziehst, wenn du in diesen Momenten nicht achtsam mit diesen Menschen bist, wie wir das gerade mit den Kindern hatten, machen wir jetzt das genaue Gegenteil, dann hat er irgendwann keinen Bock mehr, dir davon zu erzählen, weil er ja nicht deine volle Aufmerksamkeit in den Momenten bekommt. Das ist auch etwas, welche Energie du aussendest. Und wenn es in dem Moment, sollte das keine negative Energie sein, weil dann bläst du in das Horn desjenigen, weil diese negativen Energien sich dann bündeln, sondern dann sitzt halt einfach da, lass ihn da erzählen und du denkst dir immer nur, das mache ich zum Beispiel auch in Momenten, wo mich die Kinder manchmal nerven, ich sitze dann einfach nur da, lass die schreien, toben, erzählen und ich sitze dann so da und denke mir, Ruhe, Gelassenheit, Ruhe, Gelassenheit. Ich denke an nichts anderes, ich konzentriere mich nur auf mein Ein- und Ausatmen und denke Ruhe und Gelassenheit und ignoriere das, was um mich rum passiert. Ruhe, Gelassenheit, Ruhe, Gelassenheit. Du wirst automatisch ruhiger, das heißt deine ganze Ausstrahlung, das was du ausstrahlst, wird A, eine positive Energie, aber du strahlst auch Ruhe aus. Und das ist etwas, was bei den Kindern zum Beispiel unglaublich schnell funktioniert. Ich brauche da nicht diskutieren und Strafen aussprechen. Wenn ich in meine Ruhe komme, wenn ich Ruhe aussende, trifft es auch auf die Kinder und die werden viel, viel schneller ruhig. Also bei Kindern ist das noch was anderes, weil sie ja einfach die ersten sieben Jahre ihres Lebens in unserer Aura quasi mitleben. Deswegen ist ja auch so wichtig, dass wir immer eine positive, ruhige, nicht immer, wenn möglich oft, eine positive, ruhige Art ausstrahlen. Bei Erwachsenen ist das leider nicht ganz so wirkungsvoll, aber es hilft tatsächlich auch. Wenn du es nicht abstellen kannst bei demjenigen, wenn du den Kontakt nicht reduzieren kannst, wenn es nicht hilft zu sagen, ich will das nicht hören, dann arbeite an dir selbst. Dann sei in diesen Momenten völlig bei dir. Wenn es dir hilft, denke an deine Einkaufsliste oder was du demnächst kochen willst oder du gehst halt wirklich in die Atmung und denkst dir Ruhe, Gelassenheit und lässt denjenigen um dich rum erzählen. Genau, und dasselbe ist es quasi auch mit Menschen in deinem Umfeld, die allgemeine negative Energie haben, die vielleicht ganz, ganz viel jammern. Auch das kenne ich. Und da ist wirklich so diese Abgrenzung. Auch so dieses, ich gehe da hin und weiß, okay, jetzt wird es ein bisschen anstrengend, ich muss ein bisschen auf mich aufpassen, aber das ist ja nur eine begrenzte Zeit. Und dann gehst du wieder da raus, versuchst halt in der Zeit, in deiner Ruhe, in deiner positiven Energie zu bleiben, dich nicht davon anstecken zu lassen. Nimm vielleicht auch irgendeinen Anker mit. Wenn du weißt, du gehst jetzt zu diesen negativen Menschen, nimm irgendeinen Anker mit. Das könnte jetzt zum Beispiel ein Armband sein oder irgendein bestimmtes Schmuckstück, eine Kette oder so, an der du dich festhältst, wo du dich in dieser Zeit daran erinnerst, in deiner Ruhe und in deiner Positivität zu bleiben. Wenn du dann wieder aus diesem Gespräch rausgehst, aus diesem Treffen rausgehst und dann mal irgendwie demnächst fünf bis zehn Minuten Zeit hast, dann mach mal meine Lichtdusche-Meditation. Die verlinke ich euch jetzt auch mal. Die ist zum einen da, dass man neue Energie bekommt. Zum anderen hilft so eine Lichtdusche-Meditation aber auch zur Reinigung. Das heißt, fremde negative Energien loszulassen und wieder in seine Kraft zu kommen. Das mache ich zum Beispiel auch ganz gerne, wenn ich ein Coaching gemacht habe. Wenn ich coache, gebe ich natürlich viel von meiner Energie natürlich auch ab. Und wir sprechen natürlich auch über Probleme und solche Sachen. Und um da wieder meine Energie zu reinigen, mache ich zum Beispiel auch eine Lichtdusche-Meditation. Und die, die ich aufgenommen habe, geht, glaube ich, wirklich tatsächlich nur fünf oder sechs Minuten. Ist also wirklich was, was ihr schnell machen könnt, was euch aber so ein bisschen hilft. Und seid dann wirklich so dabei, okay, ich reinige mich jetzt von dieser negativen Energie. Ich sorge jetzt dafür, dass ich die aus meinem Organismus wieder entfernen kann. Und dass ihr selbst halt daran arbeitet, da etwas zu tun, wenn ihr quasi die Menschen nicht ändern könnt. So, und dann sind wir, glaube ich, tatsächlich schon bei der letzten Frage für heute angekommen. Es waren tatsächlich diesmal nicht so viele, obwohl ich in den letzten zwei Wochen, verstärkt letzte Woche, viele Fragen bekommen habe, wann ist denn wieder die nächste Sprechstunde. Und ich hätte da was, kann ich das jetzt schon stellen oder lieber zur Sprechstunde. Also offensichtlich haben das die Leute dann leider verpasst. Aber es wird ja wieder eine Sprechstunde geben. So, also die ist übrigens immer montags, nicht immer aller zwei Wochen. Diesmal waren es ja drei Wochen dazwischen, weil ich es sonst nicht geschafft habe. Aber die ist tatsächlich immer montags. Also wenn ihr da was habt, dann guckt halt vor allen Dingen montags auf meinen sozialen Kanälen zum Beispiel da vorbei. So, hallo Julia, ich habe ein paar Fragen. Okay, du begleitest ja auch deine Kinder beim Einschlafen. Ich möchte gerne wissen, wie schafft man das, dass die Kinder früher ins Bett gehen? Meiner geht immer dann ins Bett, wenn wir gehen. Also es kann auch manchmal gegen 22 Uhr sein. Wann bringst du die Kinder ins Bett und wieso schlafen sie bei dir nicht allein ein? Bei mir klappt es auch nicht, aber ich bin diesbezüglich total unzufrieden. Mein Sohn tanzt mir auf der Nase rum. Er ist müde, möchte aber nicht schlafen. Was machst du? Okay, ich beantworte erstmal das, das andere können wir dann nochmal extra machen. Also es ist immer die Entscheidung, möchte ich diese Einschlafbegleitung machen oder möchte ich es nicht machen? Ich wollte es gerne tun, anfangs tatsächlich auch nicht. Also bei uns war das wirklich jahrelang so, dass es nicht nötig war. Und nach dem Umzug habe ich aber gemerkt, dass diese alten Routinen nicht mehr funktioniert haben. Und habe mich dann für die Einschlafbegleitung entschieden. Diese Entscheidung habe ich getroffen. Das heißt, ich muss das auch nur mit mir ausmachen, wenn es auch mal schwierige Abende gibt, die es natürlich gibt. Das ist nichts, wofür ich dann irgendwie mich mit den Kindern streiten müsste oder irgendwas. Ich habe mich dafür entschieden und ich muss dann da auch durch. Es ist also deine Entscheidung, ob du dich für die Einschlafbegleitung entscheidest oder nicht. Du musst dann aber immer mit den Konsequenzen leben. Ich habe mich für die Einschlafbegleitung entschieden, weil es sonst wahrscheinlich auch so ausgesehen hätte wie bei dir. Also bei Vince ist das Problem eher weniger, sondern bei Svea, dass sie dann wahrscheinlich auch so lange aufgeblieben wäre wie ich. Einfach weil sie zum Abend hin ganz, ganz stark die Mama braucht. Und dann möchte sie bei mir sein, solange es geht. Es ist völlig egal, ob sie müde ist oder ob ich irgendwas langweiliges mache, was sie eigentlich nicht interessiert. Und deswegen, also bei uns startet es so, also je nachdem, ich mache das auch ein bisschen davon abhängig, wie anstrengend war der Tag für die Kinder, wann sind wir heimgekommen, ist es unter der Woche oder ist es am Wochenende. Also es startet bei uns so zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr. Dass wir halt dann ins Badezimmer gehen, Zähne putzen, Schlafanzug anziehen, dann gehen wir ins Kinderzimmer. Und da ist dann erstmal noch ein bisschen, Vince muss dann erstmal seine Autos für den Abend sortieren. Svea muss erstmal ihre Puppen ins Bett bringen. Dann liest Svea noch was vor, das geht noch eine Weile. Dann lese ich nochmal was vor. Also das ist auch eine relativ lange Zeit, aber es wird bei uns dann nur noch geflüstert. Es wird ganz ruhig gesprochen. Es ist nur noch gedämmtes Licht an. Was ich auch vorher mache, bevor wir überhaupt ins Kinderzimmer gehen, ist, dass ich dort nochmal meinen Diffuser durchlaufen lasse mit Lavendel. Dass das noch ein bisschen unterstützend wirkt. Genau, dann gehen wir ins, genau, so dann ist das die Leserei. Und dann wird noch mehr Licht ausgemacht. Dann sind nur noch zwei kleine Lichter an. Und dann hören wir uns irgendeine Geschichte an der CD oder irgendwas. Und da entscheide ich auch von der Länge her jeden Tag spontan. Und da ist es für mich auch noch völlig okay, wenn die noch ein bisschen mit Spielsachen rumklimbern, nochmal auf Toilette, nochmal was trinken. Das ist halt einfach so. Und wenn dann aber die Geschichte tatsächlich aus ist, dann kehrt bei uns auch Ruhe ein. Dann wird noch ein Licht mehr ausgemacht. Und dann geht's los mit. Also da muss ich dann auch ein bisschen schauen. An manchen Abenden ist dann wirklich innerhalb von fünf Minuten Ruhe. An manchen Abenden dauert es dann noch eine halbe Stunde. Da muss man dann halt nochmal vielleicht auf Toilette gehen und vielleicht nochmal was trinken. Was bei Sphere sehr gut funktioniert, ist zum Beispiel, Vince malt ihr dann sehr gerne eine Pizza auf den Rücken. Ich weiß nicht, ich glaube, das kennen die aus dem Kindergarten irgendwie. Malte ihr eine Pizza auf den Rücken. Oder sie lässt sich von mir gerne abends noch die Haare kämmen. Weil das natürlich auch beruhigt und dann mit der Bürste manchmal auch noch so ein bisschen über den Rücken zum Beispiel gehen oder so. Also da bin ich ganz flexibel, aber es ist ganz viel. Ich weiß, in dieser Zeit kann ich nichts anderes machen, sondern diese Zeit ist dafür da, um meine Kinder in den Schlaf zu begleiten. Was mir auch hilft, weil es tatsächlich ja schneller geht, als wenn ich sie das alleine versuchen lassen würde. Und ich möchte ja meine Ruhe dann am Abend haben. Und genau, verschiedene Sachen halt einfach ausprobieren. Es gibt ja verschiedene Entspannungstechniken auch für Kinder, wie zum Beispiel auch die Entspannungsgeschichten, die ich geschrieben habe. Das dann zum Beispiel auch vorzulesen. Wenn die Kinder ein bisschen älter sind, dann auch mit Meditationen für Kinder anfangen. Also so Einschlafmeditationen. Das mache ich bei Vince auch sehr, sehr gerne zum Beispiel. Also da gibt es wirklich verschiedene Möglichkeiten. Und das ist auch manchmal jeden Tag anders, was es da gerade braucht. Da probiere ich halt manchmal auch ein bisschen durch, bis ich die eine Sache gefunden habe, die dann da tatsächlich hilft. Genau, und wie gesagt, ich hatte gesagt, wir fangen so zwischen halb und um sieben an. Und zwischen acht und halb neun ist dann meistens Ruhe. Es gibt auch Ausnahmefällen, wenn irgendwie mal was war oder so, dass es bis um neun dauert. Aber dann ist es so, aber das ist dann wirklich tatsächlich auch das Späteste. Und das kommt in letzter Zeit wirklich nur noch sehr, sehr selten vor. So, ich hoffe, ich konnte damit deine Frage so ein bisschen beantworten. Und dann war noch die Frage, was machst du nach der Kita mit den Kindern, bis sie einschlafen? Also bei uns ist die Zeit, also Kindergarten ist ja meistens bei uns so zwischen 15 und 15.30 Uhr Schluss. Und in der Zeit fahren wir die Oma besuchen, treffen uns mit Freunden, die auch Kinder haben, ist Fußball, gehen wir auch raus, je nachdem wie das Wetter ist. Spielplatz, Laufrad fahren, in den Park Blätter sammeln oder wir sind halt einfach hier zu Hause. Und dann habe ich meistens aber auch einen konkreten Plan, wenn wir hier zu Hause sind. Dann wird entweder geknetet oder mit Knetic Sand gespielt. Es wird irgendwas gebastelt, also dann lege ich denen die kompletten Bastelsachen heraus und dann können die anfangen. Oder wir haben irgendwie einen anderen Plan. Wir machen was mit Bügelperlen oder wir wollen irgendwas Bestimmtes bauen oder wir haben uns vorgenommen, eine Bude zu bauen. Richtig dann mit Knicklichtern, die sie dann mitnehmen können in die dunkle Bude und so. Also da habe ich dann theoretisch, also wirklich auch immer einen Plan. Ich habe immer einen Plan, was ich nachmittags mit den Kindern mache. Also entweder sind wir, wie gesagt, unterwegs und treffen uns mit jemandem oder wenn wir zu Hause sind, habe ich eigentlich auch einen Plan, was ich machen möchte. Und wenn ich das einmal angeleitet habe, hier zu Hause zum Beispiel, dann machen die das auch alleine. Also dann basteln die alleine, malen alleine, spielen alleine dann in ihrer Höhle. Wenn ich das einmal angeleitet habe. Und da kommen wir wieder zu dem Tipp, den ich auch ganz am Anfang gegeben habe. Wenn man den Kindern in der ersten Zeit dann wirklich wieder 100% Aufmerksamkeit schenkt. Also diese Achtsamkeit. Wirklich komplett mal bei den Kindern zu seinen 10 Minuten, das spüren die. Und das ist für die so viel wert. Und wenn man die da anleitet, zum Spielen heranführt, dann spielen die meistens, so aus meiner Erfahrung, dann eigentlich sehr gut alleine weiter. Ich bin dann irgendwo in der Nähe natürlich ansprechbar. Und wenn ich wirklich in der Zeit irgendwas machen muss, kommuniziere ich das auch. Also ich sage, ich gehe jetzt in die Küche und mache den Abwasch. Ich gehe jetzt da und da hin und kümmere mich um die Wäsche. Oder ich muss nochmal kurz an den PC, ich muss noch was arbeiten. Dann kommuniziere ich das tatsächlich auch richtig. Und ja, das mache ich so mit den Kindern. Ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Das waren auch, glaube ich, schon die Fragen. Ich weiß nicht. Also ich weiß, ich habe gestern was bei Instagram noch bekommen. Aber ich glaube, das war nichts für die Sprechstunde. Nee, genau. Genau, das war es tatsächlich diesmal. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Es hat eure Fragen beantwortet. Und wir sehen uns dann zur nächsten Sprechstunde wieder. Bis dahin. Tschüss.